Glaubst du wirklich, dass eine eroberte Ukraine ein besseres Land wäre? Im Moment ist das ja so, dass Russland ja Wohngebiete beschießt. Also die greifen ja nicht nur militärische Ziele an und ich kann mir kaum vorstellen, dass dann die Ukrainer denken, wenn dann uns Russen getötet haben, dann muss ich unbedingt in dieses Land dann wieder zurückkehren, das dann russisch besetzt ist, weil in den besetzten Gebieten der Ukraine sind ja durchaus Folterungen, Vergewaltigungen und Morde vorgekommen und das müssten dann ja ukrainische Geflüchtete, die dann zurückkehren, nach einem Sieg Putins auch befürchten. Außerdem, wenn man sich Russland anschaut, ist es ein sehr maroder Staat, also wenn man die Metropolen St. Petersburg oder Moskau ausnimmt. die auf europäischem Standart sind. Ich habe Videos gesehen, da sind Dörfer, die haben Straßen, die aus Schlamm bestehen oder die haben keine Kanalisation, nur Plumpsklos oder keine Gasanschlüsse und da ist alles total marode und im letzten Winter haben die Leute gefroren, weil da Fernwärme, also die Leitungen der Fernwärme sind gefroren und geplatzt und dann ist das ganze Haus zu einem Eiskristall geworden. Das ist wirklich krass, was da passiert. Ja, viele Menschen leben in Russland in Armut und das ist ja einer der Gründe, warum ja vor allem russische arme Menschen ja in den Krieg ziehen, weil sie dort einen guten Sold bekommen über 2000 Euro im Monat. Ja, auf jeden Fall das Zickfache, was sie sonst verdienen würden. Und ja, auf jeden Fall wäre ein Sieg Russlands über der Ukraine ja, auf jeden Fall nicht gut. Also da würde kein ukrainischer Geflüchteter freiwillig zurückkehren. Die Städte werden ja auch völlig zerstört und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann attraktiv ist und dann auch noch die Angst vor den russischen Besatzern ist ja auch noch da. Leider.